Wie gut ist das Hairwax Gold Digger von BioLane? Starten wir wie immer mit der Verpackung. Die Verpackungen sind bei BioLane grundsätzlich eigentlich immer grundsolide. Vom Design her gefällt mir das auch und wir haben auch hilfreiche Informationen auf der Verpackung. Aber die Verpackungen können einfach etwas wertiger sein. Machen wir weiter mit dem Geruch. Wir haben hier ein fast geruchsneutrales Produkt. Wenn es überhaupt nach etwas riecht, dann riecht es eher wachsartig, eher cremeartig und vielleicht auch ein bisschen nach Vanille. Aber das ganz dezent. Machen wir weiter mit den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 40% leider nicht ganz so gut. Der Claim des Produktes ist, der Hersteller wirkt mit einem maximalen Halt und einem extremen Matteffekt. Und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich hier drin ist. Meine Feuerfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Weiter geht es mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Von der Konsistenz her haben wir hier ein Wachs, was eher so ein bisschen cremeartig ist. Heißt, ein Cremewachs trifft die Konsistenz, glaube ich, ganz gut. Die leicht cremige Konsistenz bei dem Haarwachs ist allerdings gleichzeitig auch etwas klebrig. Heißt, das Verreiben in die Hände funktioniert eigentlich ganz gut. Aber man muss schon gut Gas geben und seine Hände schon gut aufwärmen, damit das Produkt dann auch wirklich rückstandslos in den Händen verteilt ist. Weiter geht es mit dem Styling. Ich habe meine Haare erstmal ein bisschen angefeuchtet mit Wasser und habe dann ein, zwei Drops Arganöl in meine Haare eingearbeitet. Und da meine Haare aktuell wirklich sehr kurz sind, habe ich jetzt an dieser Stelle einfach mal eine Rundbürste dazu genommen und einen Föhn und habe meine Haare dann auf mittlerer Stufe erstmal mit der Rundbürste in Richtung geföhnt. Dann habe ich das zuvor in den Händen verteilte Produkt ordentlich in meine Haare eingearbeitet und muss sagen, ich bin wirklich sehr schnell mit dem Produkt ans Ziel gekommen. Meine Nachherfrisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem maximalen Halt geworben. Ich denke mal, besser geht immer ein Stückchen, aber wir haben hier wirklich einen sehr guten Halt. Das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall bestätigen. Kommen wir zum Finish. Der Hersteller wird mit einem matten Finish und genau das bekommt ihr auch an dieser Stelle. Top! Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Zur Auswaschbarkeit. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Shampoo mit dazu zu nehmen, wenn ihr das Produkt wirklich rückstandlos aus den Haaren herauswaschen möchtet. Und zum Preis. Ihr bekommt für 22 Euro 65 Milliliter von dem Hairwax Gold Digger von Biowelay. Was an dieser Stelle auch ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt jetzt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist auf jeden Fall für Leute geeignet, die wirklich auf so einen extremen Matteffekt stehen und gleichzeitig einen sehr guten Halt wünschen. Denn hier bekommt ihr tatsächlich beides. Ich würde das Produkt auch für fast alle Haartypen weiterempfehlen, außer für ganz feine Haare jetzt. Da gibt es sicherlich bessere Optionen. Und ungeachtet jetzt von den Inhaltsstoffen, kann ich das Produkt auf jeden Fall, was die Performance-Punkte angeht, auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Gold Digger Hairwax von Biowelay bekommt all in all 38,5 von den möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarenstylen.